moin heute das immer wieder mit alles 19 und zwar sind wir hier wieder auf der nordfriesischen marsch und zwar das tierfarmprojekt mit der lehn und mit dem will stehst also im schatten ist hier zu warm ja ja 30 grad ja mal los dass sie nach wie immer wird schnell schnell wir brauchen tiere ja noch keine tiere und die stelle sind noch leer sagt dann immer mit der ruhe alte frau es geht die wochen essen für die vier ich ja einfach anbauen ja ja du hast doch gesagt sagt so jetzt bin ich wieder eine linie ich habe gerne verjagt selber schuld so was meinten jetzt als nächstes ich war da drüben auf dem feld glaube ich dann muss auch mehr mehr noch mehen vom letzten mal ach ja ich habe hier das feld abgemäht ach ja dann kann ich ja meine runde eine runde schwadern ja da hinten dreht der mädchen also in der runde ok gut dann werde ich mal meinen trecker nehmen abkoppeln und einmal das gras wenden aber jetzt heute erst mal das richtige nehmen nicht wie beim letzten mal nicht dass ich da wieder schön alles schon wieder schön schwadern schön auf dem haufen mache und denke mir so das sieht ja so komisch aus so einmal auseinander klappen senken und anschalten und drücken wir da rüber so was macht ihr jetzt da feines noch ich ernte meinen mais so dann müssen wir uns mal überlegen was für als erstes nehmen für eine viecher als erstes hühner die brauchen am wenigsten hühner also liebe leute demnächst kommen die hühner und dann geht das weiter haben wir nicht da schon mal irgendwas da für die hühner zu essen ich glaube nicht ich bin hier noch mit dem rapsfeld beschäftigt und das fressen die hühner nicht ne das fressen dann nicht die fressen nur weizen und gerste glaube ich weizen ja das sieht ja so dunkel aus hier jetzt noch regnen demnächst nein klarer sonnenschein nicht eine wolke am himmel paar schäfchen wolken ist nichts mit regen heute so wir sind ja auch in der version 1.2 multi frucht da haben wir jetzt die zwiebeln die mürchen in tabak den hopfen und den rocken dazu bekommen wir auf auf der nordfriesland map mal sehen wann man das damit beginnen dafür das ansehen können und pflanzen und ernten oh 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 der trecker sieht ein bisschen groß aus gegen den bauern aus so hier nochmal die ecke was liegen geblieben war ich zu weit rüber okay so erstmal hoch ja die stelle haben wir ja alle schon da bloß die viecher fehlen uns noch ja ja so Absetzen und immer wenden. Aber nicht im Schlafen beim Mähen. Nö. Ihr beide. Nö. Nö. Das passiert nicht. Man muss hier die Spur halten. Vertieft in der Arbeit. Jo. Ja, dann habe ich noch einen schönen Verlust gehabt heute. Auf den Surfer. Hab ich schon gehört, ja. An die kaputten Hänger. Wenn hier jemand gepetzt. Nein. Nein, ich petze nicht. Wir haben jetzt circa 150.000 durch Flöten gegangen. Ach du meine Güte. Aber das Strahlen habe ich bisher gesehen. Was denn für ein Strahlen? Ja, von deinem Gesicht. Ach so. Ich werde erzählen. Uiuiui. Ja, ja. Das kommt gleich davon. Gleich bestraft. Warum sollte das bestraft werden? Ja. Bei Auslachen. Ich habe die nicht ausgelacht. Anja lacht auch nicht. Ich habe gar nicht gelacht. Ne. Lachst du jetzt auch nicht? Ne. Ne, ne. Kannst du gucken, komm. Ich lache nicht. Mach gleich ein Loch durch die Wand. Dann kann ich gucken. Ja, musst du machen. So ein Spiegel, wo man nur auf einer Seite durchgucken kann. Das wäre die Idee. So rum, rum, rum. Ich lache mal. Sag mal. Hä? Mal. Jesus. Hehehe. Ich mache dich das, was er soll. Böse. Mhm. Mhm. So, stopp. 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 Ein Deich. Äh, ein Kram. Ein Entwässerungskram. So, wir werden mal gucken nach dem Mähdrescher, was der macht. Der steht da hinten, glaube ich, schon. Der wartet da schon wieder, glaube ich. Weil er voll ist. Mal schauen. Wir haben hier aber auch ein paar komische Helfer. Ich muss erst mal den Helfer hinterher räumen. Und überall Streifen stehen lassen. Oh Mann. Nee, das ist ein verkehrter, das auch, das auch. Das ist auch nicht mal. Äh. Ja, hier bin ich richtig. Jo, er steht, er ist voll. Einmal abtanken. Hm. Ja, ich konnte, wie lange ich hier schon an dem Feld sitze. Vom ersten Tag an. Hm. Ja, die sind auch ganz schön groß, die Felder hier, ne? Ja. Das ist wohl wahr. Ich glaube, das kleinste Feld, das Feld 20, nee, 26. Geht, ja? So 26, 22. Die kleinsten, glaube ich. Hm. 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 Und einmal voll der Hänger und der Metrischer ist auch leer. Das passt. So. Einmal zum Silo. Hm. 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 Multifrucht-Silo. Einmal kippen. Und noch ein Stück, noch ein Stück. Stopp. Sack und leer. Sack und leer. Rüber zum Feld. Sack und leer. So liebe Freunde, aber das war es dann schon wieder einmal heute. Zeit ist um. Das nächste Mal werden wir hier schwadern und einsammeln von unserem Heu für die Pferdchen. Wir brauchen ja auch ein bisschen Heu. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns demnächst wieder. Und die anderen beiden sagen bestimmt auch noch Tschüss. Ja. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. 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 Tschüss.